Das muss man jetzt ganz klar so sagen. Wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Nee, aber du kannst es mittlerweile, kannst es immer wirklich behalten, du weißt es auch, ne? Geht nicht. Du musst alles raus, raushauen. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nichts schreiben sollen. Logan? Ich hab nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Ähm, okay. Papa, Mama ist dran. Ich glaub die Story irgendwie noch nicht so ganz... Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Ach. Nein, es ist. Kaum. Nur ein merkwürdiger Fall. Ja. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich, ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du nochmal logen? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Es ist schon wirre manchmal, wie sie die Subtitles mit dem Gesprochenen unterscheiden. Okay. Acht von zehn Punkte für den absolut parallelen Sub. Spielen wir guter Kopf, böser Kopf oder was willst du machen mit dem? Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Hm. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay. Reden wir über etwas anderes. Lieb sich. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Scheiße. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann Ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Mhm. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht... Es macht... Es macht keinen Sinn. Es macht alles nur keinen Sinn. Da hast du völlig recht, leider. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, oh, danke. Danke, danke, danke. Willkommen. Willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Äh? Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsrücksteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer, begleitet uns unsere Hausband, die Old God of War. Spät abends. Scheiße. Was denk mal los, ihr verrückten Wickel. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dort hingelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevard blättern. Okay, crazy. War ich bei der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Schein so. Genauso wichtig. Bisher bugfrei. Geil, ja. Skills funktionieren, die Quests klappen, Scaling ist da. Ja, ist wirklich so. Witzig, dass im Offline-Modus sogar der Chat funktioniert, ne? Der allgemeine Chat. Shut up. Subtitle-Differenz liegt daran, dass die Gegend das englische Audio gemacht werden, meist und nicht als Hörhilfe gedacht sind. Etwas zog mich zum Fernseher. Ein Drang, den Bildschirm zu berühren. Alan, bist du es? Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Top. Schön, Sie zu sehen, Alan. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Endlich schön, dass du da warst, Leute. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf ganz gut. Und komm auch du gut rein ins Wochenende Morgen. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch auszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lange im Writer's Room eingeschlossen. Ja, aber genau so fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Hm? Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was... Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Let's go. Oh. Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde. Da... Da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay. Ich bin reingefallen. Guter Witz. Wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich... Ich habe das nicht geschrieben. Ich... Ansonsten würde ich mich ja daran erinnern, oder? Oder... Vielleicht hat es ja Ihr böses Double geschrieben. Fucker. Fucker. Sie hat einen dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau. Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writer's Room. Gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine... Eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Man, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden? Okay. Gut. Also. Hallo? Wir fassen jetzt das alles noch mal kurz zusammen. Ich drehe durch. Okay. Ich muss wieder nach Hause. Zu Alice. Ey, ich glaube, es ist wirklich mal... Es wäre wirklich mal nicht schlecht. Aber wahrscheinlich erst danach. Würde ich mir fast meinen, ne? Also ich glaube, wenn wir bei Visage so ein Video braucht haben, dann hier save. Aber ich bin mir gespannt, wie viel wir so verstehen, wenn wir das selber mal durchgespielt haben, so, ne? Ob wir was da eigentlich abgeht. Aber danach, voll. Danach können wir das sehr gerne mal... Ich glaube, das ist das erste Game, wo es mir... Ne, wobei bei Visage war. War auch ähnlich. Aber da ist, glaube ich, so das erste Game, was mich wirklich interessiert. Wo ich es wirklich wissen will jetzt. Was eigentlich abgeht, weil ich es... Na, diese... Was zum Teufel war das für ein Interview? Mein Fuck-Dinger die ganze Zeit. Ich habe mir ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Also ich könnte es auch nicht... Ich habe das so Fetzen. Aber wir haben ja vorhin gemerkt, dass er ja quasi in einem dunklen... Also in einem dunklen Ort gefangen war. Und alles, was er aber davor als Roman geschrieben hat, war ja die Story, die ich mit der Saga durchgespielt habe. Der Name klingt vertraut. Okay. Mr. Door. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nichts schien richtig. Verlor ich mein Verstand? Meine Interpretation. Many words. Das ist mein Darling. Guck mal, da bin ich. Ganz oben. Bin ein Star. Okay. Schade. Drei stelle Code, sagst du? Scheiße. Jetzt muss ich den Code selbst finden. Toll. Okay. Wir suchen wieder Steine. Stein, Stein, Baum. Wo ist der Stein? Kleinen Stein finden. Stein. Okay. Plottist. Wir sind noch in dem dunklen Raum. Das alles ist nur unsere Vorstellung. Ey. Boah. Wenn dir der wieder Eifelt, hau mir den Ding raus. 6, 6, 5. Sag mal, was ist denn da los? Spontaner Schnupfen. Am Abend hier. War der richtig? Ja, nice. Top. Okay. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Stimmt, das ist so über Mindfuck jetzt dann wieder. Oh, unmöglich zu sagen. Da gab es aber so einen Horrorfilm, da ging es glaube ich ums Bermuda-Dreieck oder sowas. Da waren wir eigentlich auf so einem Schiff gefangen. Das war eigentlich so ein Mindfuck-Ding. Was abging. Musst du auch am Schluss irgendwie jetzt checkt, was eigentlich los war. Sachen gibt es. So, jetzt haben alle von Erkältungen gereht heute. Jetzt haben wir es mir angesteckt. Super. Was sagt ihr jetzt zu eurer Verteidigung? Dacht ich mir. Ich habe gesagt, irgendjemand hat mir angesteckt, weil heute viele Leute von ihren Erkältungen erzählt haben. Das ist top für du Zunde. Aber dafür hast du nicht geparriert jetzt gerade. Du musst die Tür... Nein, nein, schnell! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, um... Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Und das war jetzt alles geträumt quasi. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Also das Interview und das war jetzt alles der Albtraum quasi. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. That's some trauma, my dude. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen, Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Schreibe weiter. Okay. Do it. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Ach nee, das war der Albtraum. Willkommen zurück. Danke. Danke. Oh, ihr seid klasse. Willkommen zurück. Wir haben heute eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Rick, liebe Zuschauer. Der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Besteilautor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los. Okay, also ich wache hier auf und habe einen Albtraum darüber, dass ich einen Albtraum habe. Und der Albtraum findet statt erstmal in einem Studio. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Buch geschrieben habe über die Geschichte, in der ihr steckt, die ich vergessen habe. Und wache dann auf und habe mich daran erinnert, was ich vergessen habe. Und gehe jetzt in die wirkliche Talkshow, weil dann war ich wirklich da. Ich will das verstehen, aber passt nicht gut genug auf. Ja, ich will es auch verstehen. Ich passe offensichtlich auch nicht gut genug auf. Nee, also in dem... Hat der Host eben gesagt, dass es in dem neuen Buch um den Albtraum ging. Ja, um den Albtraum, den er ja erlebt und irgendwie wieder so vergessen hat. So Hype, oder? Und das ganze Trauma hier. Und das Buch ist ja das quasi davor. Gehen wir wieder rein, oder was? Ja, okay. Oder wir gehen einfach hier raus. Scheiße, du darfst. Ja, bist du. Die Entwickler haben gut mitgedacht. Wir gehen rein. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt. Aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie... Das ist der Unnutze. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption... Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Typischer Casey-Schwurm. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und aus sehr Meta. Wir freuen uns schon mehr zu sehen. Sehr Meta? Moment, stopp. Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Oh Mann, wir kommen da nie wieder raus. Okay, super. Ich finde einen Weg aus dem Talkshow-Studio. Na, ich probiere es doch einfach mal wieder mit hier, oder? Und wenn wir Glück haben, ist das einfach der gleiche Code? Okay, 1 zu 0 für dich. Wäre ja zu einfach. Oh, true. Oh, true. Oh. Ihr seid mir welche, huh? Ihr seid mir welche. Danke, 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 danke. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Dürft euch wieder hin. Ja, wobei, bleibt stets nur einen Moment. Was soll der, Geist? Hier ging es lang. Okay. Top, jetzt setzt euch wieder hin. Alles wieder gut. Danke, danke, danke. Hallo? Und jetzt nochmal alle aufstehen. Huh, nice. Wir haben einfach zu viele gute E-Mails, ne? Ist gut. Gefällt mir. Okay, alles klar, passt. Leute, bleibt den restlichen Stream stehen, glaube ich. Da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Ich kenne den Song, aber ist der neu? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Wie krass der Gesicht einfach ausschaut, ne? Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verdarben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Was geht denn eigentlich, ne? Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Artie, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Wie ein alter Ego namens Tom. Nicht, dass ich wüsste, ne. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Raus. Meine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Klar. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in einem Pfütze schaue. Langweilig, Tom. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Sehr tiefgrünig. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Wie wär's denn, wenn du einmal draußen wischst? Naja, du machst das schon, ne. Wie sage ich immer, Hauptsache Spaß, oder? Ich mach wieder zu. Ich mach zu hier. Poggies. Let's go. Dann sag ich immer, guten Morgen, mehr so. Guten Morgen und danke für den Re-Sub. Ey, viel, vielen Dank. Sind sie auch schon wieder im zweiten Monat unterwegs hier. Ich sag's schon wieder. Erwischt. Schlafrhythmus komplett fucked einfach, ne. Aber danke dir, Mann. Hausmeisterschlüssel. 21 Uhr aufstehen, doch cool. Ey, top. Top. Ey, alles im Griff. Alles im Griff und rein in Pale World. Nein, nein, nein. Hopp, hopp, hopp. So, warum muss ich nicht lang überhaupt? Schlafrhythmus schon mal für Elden Ring so. Du weißt aber schon, dass Elden Ring erst in vier Monaten rauskommt, oder? Aber gut. Ne, da ist schon mal gut. Wichtig, ich muss auf jeden Fall nach unten, ne. Aber Elden Ring DLC, das wird übel. Das wird übel. Und davor wird auf jeden Fall nur ein, zweimal das Game durchgespielt. Was haben wir hier Schönes? Was auch immer das darstellen soll, passt. Nope. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Eine alte Lampe im Schuhkarton. Wer braucht schon Taschenlampen, wenn man sowas fancy, fancy-haftiges hat? Ich spüre eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Oh mein Gott, jetzt wird's ja richtig crazy. Verwende die Engelslampe, um Lichter zu verschieben und neue Wege zu offenbaren. Jetzt geht's los hier. Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Ach du Scheiße, jetzt wird's richtig mental, das Ding. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut verändern. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Ja, genau. Erinnert mich ein bisschen so an Super Linimal. Dieses Perspektiven-Game da. Mhm. Okay, kann ich, warte mal, kann ich das hier irgendwie nutzen und dann, warte mal, hier so vielleicht? Nee, ist zu weit weg. Loll. 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 Wo ist der Hausmeister eigentlich wieder? Nee, heute kein Sprügel mehr. Heute haben wir alles unter Kontrolle. Hm, Sprühregen. Nee, nee. Nee, nee. Als bin ich quasi hier oben, oder was? Oh, nee. Lecker Sprühregen. Fuck. Okay, aber ich kann hier nur... Ich kann nur die Lampe aktivieren. Wenn das Game das will. Also, ich kann es am Balkon... Ja, wobei... Leckity-leck. Geht wieder. Also, hier kann ich es machen, ne? Warum habe ich denn den Schritt vorn eigentlich gemacht? Hm. Nee, nee, das ist zum Teleportieren doch kein Blitzding. Ist doch ganz klar. Hm. 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 Tür verschlossen. Okay, was kann ich... Was kann ich sonst mal? Ich werde die Tür wieder ausspüren. Ich werde mich wegen der Fähigkeit ändern, das Ding, was Ron später bekommen wird. Okay, ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich. Ich bin ja hier oben. Moment. Ich bin ja hier oben. Hm. Und komme jetzt... Ganz normal hier raus. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nee, das ist... Das heißt, ich muss jetzt hier wieder das einmal, ne? Und dann sind wir hier. Okay. Das Feuerzeug von Le Dumbledore. So, dann bin ich jetzt hier. Kann ich jetzt eigentlich wieder runtergehen? Geht gar nicht mal, ne? Ah, jetzt geht das Türchen auf. Junge, was haust du die Tür nicht so auf? Wo ist die Schmidt hier, ha? Okay. Okay. Okay, chill mal. Okay, weil vielleicht geht's jetzt, ne? Weil wir können ja immer noch nicht hoch. Aber der Gang... ...bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Aha! Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker. Der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe. Die Lampe, von der der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand. Verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht. Unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sich zu zählen. Ich versage immer wieder. Aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Doktorheit. Ich tauche zum Kommen, um die Antwort zu finden. Die Warte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Hand. Ich hoffe, es ist ja vielen, vielen Dank für den Follow. Nur mit vielen, vielen Dank für den Raid überhaupt. Oh Gott, ja. Das ist alles, das kein Meer ist, in einem See, der kein See ist. Boah. Heilige Scheiße, sage ich da mal an der Stelle. Das ist Dieb. Okay. Lass mich anhören, den... Hier ist Hass. Ja, das hat halt schon mehr gesagt. Ey, verstehe ich voll und gut. Verstehe ich absolut. Muss man sie auch erst mal verdienen. Da hast du völlig recht. Oh, die Soundtracks sind gut. Aber die anderen zwei war besser. Ich weiß ja nicht, ob du bleiben willst. Was, ich oder was? Lässt dir nix einreden. Sagen wir okay. Aber nicht so stark wie die ersten zwei. So, meine Freunde, wir gehen weiter in Ellen Week 2. Jetzt haben wir die große Stillung kurz mehr verlassen. Ne, aber es kommt nix ans Originale ran, ne? True. Es kommt nix dran. Mensch. Aber da kann man, da kann man schlimmere Zeitpunkte erwischen, als beim, ähm, bei der Pinkelpause Close mit Soos Action rein zu raiden, oder? Da ist es schon. Ist okay. Deswegen verziehe ich mich jetzt ins Bett und lasse dich weiter in der Psychose leiden. Danke. Super. Schlaf, na gut. Mach nicht mal so lang, mein Lieber. Nein, du weißt doch, nur bis halb eins. Ne, aber, aber echt, echt lieb von dir, dass du hier nur reinraidest. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt schlaf ganz gut. Und gute Nacht. Ich muss mal kurz ans Telefon hier. Hallo? Ellen Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Okay. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Ellen, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben ein... Die Tonne... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja! Jetzt reiß sie mir zusammen, gell? Das ist nicht dein Telefon, ne? Okay. Schaut das geil aus. Es ist ja wirklich... Es ist ja wirklich bodenlos. Wirklich. Der Mann hatte Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Caldera Street Station. Hat nicht vorhin eigentlich... Der... Der... Der Nightingale auch irgendwo mit gesagt, dass er in der Caldera Street Station irgendwie ist? Oder bringe ich da jetzt... Ja, alle... Och, Digga. Alles durcheinander. Weiß es nicht. Was ich mir halt frag, ist, bringt es irgendwas? Ist alles zu erkunden? Scheiße. Okay. Wir haben kein Aufsehen. Nur auf der Durchheise. Die Schatten flirten, als hielte sich dort jemand auf. Flirten? Doch da war niemand. So sollte es auch bleiben. Junge, was machen die Dementoren jetzt hin, der Straßen ins Leben oder was? Saugen richtig dran. Eieieieiei. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Ist gut, so. Dann können wir schon mehr eingrenzen. Was wir tatsächlich machen können und was wir nicht machen sollten. Ich schätze mir dann das S.A. zu. Aber wir sind wohl gesehen. Wir können uns aber mit so einer geilen Lamp wieder aktivieren hier irgendwo. Da war scheinbar oben erst. Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station fliegen. Mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Also mit seiner, mit seiner Special Lampe hier, ne? Aber müsste ich den ja nicht irgendwo aktivieren? Ach, da passt du jetzt wirklich nicht vorbei. Also du willst mir doch als echter Arschen, oder? Meine Lampe hatte keine Energie. Ich musste ein Licht für sie finden. Okay, wir brauchen ein Licht für die, fürs Licht. Wir aktivieren das Licht. Jetzt habe ich nasse Füße, aber das Licht geht immer noch nicht. Passt. Ah, lol. Er hat auch so ein Ding. Okay, ich habe mich gerade gefragt, ob er so ein Gedächtnis-Ding hat hier. Bei ihm ist alles dunkel und düster, ne? Top. Ja, der Kader, der Radio und er hat das hier. Handlungs- Lol, ey, das ist schon crazy. Aber ich habe auch nichts, ne? Jetzt für Casey. Ist das dann sein... Ach, du Scheiße. In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich, ich wäre zu... Das ist jetzt die ganze Story. Oh mein Gott. Also das müssen wir uns, glaube ich, im Ruhal mal durchlesen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter rein. Okay. Na, wir machen jetzt wieder das da. Also, seine Lampe hat keine Energie. Wie kriege ich denn jetzt seine Lampe dazu, wieder Energie zu machen? Betritt Caldera Station, benutze Licht, um in Caldera Station... Um in die Caldera Station zu gelangen. Wahrscheinlich, weil das Licht halt einfach nicht aktiv ist, ne? Das ist ja wahrscheinlich das Ding. Okay, wichtig. Wichtig, schon mal die Map hier. Also, das ist ja... Warte mal. Lichtwechsel inaktiv? Lichtwechsel inaktiv. Das heißt, wenn ich jetzt da vorne lang gehe, wie komme ich da am besten rein? Das ist zu. Das ist zu. Also, einfach mal gerade durch erstmal. Oh, sind ja beide Lichtquellen inaktiv, ne? Was ist mit hier? Schaut auch nicht so aus, gell? Ne. Das wäre jetzt gut gewesen. Also, die Tür geht nicht auf und beide Soundtüren gehen hier auch nicht auf, ne? Redipultieren kann ich mir auch nicht. Mit meinem krassen Lichtdings. Geht auch nicht. Ähm... Lass mir gucken, wo ich hier immer noch mal bin. Okay, also ich bin hier. Ne, ich muss ja hier hin, oder was? Betritt Caldera Station. Ja, das ist schon die. Also, ich muss irgendwas mit dem Licht machen. Kann ich irgendein... Ne. Was ist das super denn hier? Vielleicht ist das irgendwie so... Vielleicht ist das irgendwie so... Hm. Guck mal über den Fernsehen, weiß. Schauen wir mal da runter. Alle Wege, die man nehmen können, können schon mal gar nicht so falsch sein. Grünes Licht, immer gut. Stand es so auf der Seite geschrieben. Nope. Das ist doch der Casey. Das ist doch der Casey. Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wick ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Ha. Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Warum? Ihr hättet eher gedacht, dass Casey uns erschießt, hm? Aber... Ich glaube 1 und 2 verflechten sich doch ziemlich so krass. Casey! Eieieiei. Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse staub bin. Er hat mich wieder und wieder umgebracht. Sie werden es nicht bekommen. Sie glauben, es ist nicht was. Sie wissen gar nichts. Sie wissen gar nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Ich hab nur geschaut, dass ich die Taschenlampe aufheben kann. Und dachte so, wer redet denn hier, ne? Scheiße. Ich brachte seine Waffe und die Lampe, um mich zu schließen. Sorry, ähm... Ist jetzt ärgerlich. Okay. Boah, dann hat sie aber gut zerlegt, hey. Gib doch mal das. Eieieieiei. Krass. Ja. Nicht relevant fürs Verständnis, aber halt merkbar. Ja, ja. Ich besaß nun Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Okay. Krass, ey. Ich würde mich interessieren, wie lange es dauert, so einen Raum zu entwerfen, ne? Also so, ne? Ja, wobei wahrscheinlich nicht so lang, aber... Entwerfen ist das falsche Wort so, aber... Entwerfen ist das falsche Wort so, aber... Wir sind wieder zurück. Ach, da bin ich ja... Jaja, da bin ich jetzt rausgekommen. Ne. Warte mal. Aber da kann ich doch jetzt... Gehen, oder? Ja. Okay. Also in... In der Welt... Kann ich an denen vorbei rennen. Und in der anderen Welt... Hätte ich das nicht können? Achso, und ich kann's ja nicht, ne? Boah, übelst du auf den Kopf! Sehr blöd! Mann, du bist zerbrutzelt! Okay, bin gleich tot. Mann, in dieser Geschichte ist ein Monster. Was ist denn mit dir, Alter? Du bist ein Monster! Komm! Na top, danke dir! Das ist irgendwie ein bisschen zu schnell. Ich weiß auch mal nicht, gehört das dazu oder? Ne, ich check gar nichts mehr, aber es... Mein Gott, okay, na, offensichtlich war das dumm. Okay, hab's verstanden. Bin gestärbt. Hä, aber die ist ja nicht böse und der da vorne ist schon böse oder was? Ah, okay, ich hätte ihn vorne umschießen können, ich war einfach nur unfähig. Was? Boah, aber es ist krass, das Lustige ist ja, der PS5-Controller, den ihr habt, ne, der hat ja diese... Er hat ja diese Funktion, zumindest an der Konsole, dass wenn... Ja, weiß ich nicht, also dass man halt... Dass er sich halt irgendwie an bestimmten Waffen anpasst, ne? Dass wenn eine Waffe schwieriger zu triggern ist, dass man halt das am Controller merkt. Und das funktioniert bei Steam nicht. Aber über den Epic Games Launcher funktioniert das offensichtlich. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Revolver einfach schwerer zu triggern ist, weil der Trigger einfach schwieriger zu triggern ist. Voll geil. Ja, chill doch mal, was ist denn mit dir? Ja, aber nix zum Heilen, ne? Das ist irgendwie uncool. Aber wir sind immer nicht so weit weg, hoffentlich. Hoffentlich. Und jetzt? Betritt Caldera-Licht, um in die Caldera-Station zu gelangen. Hä? Und was, was habe ich jetzt, seiner Meinung nach, in der Hand? Okay. Okay. Und jetzt? Das ist jetzt eine Frage. Oh, das ist nie. muss ich vielleicht da irgendwie lang ich musste den zaun ja das richtig ist richtig hier ist irgendwie ein pfeil der pfeil sagt da lang da lang aber schwierig wir haben aber nur einen zweiten eingang rein theoretisch wir könnten auch da vorne rein aber es ist nirgends so ein symbol zum switchen ich konnte nicht rein mir fehlte etwas hier fehlte also etwas wir haben ja ein u-bahn pass ist ja klar wir haben ja den u-bahn pass naja was geht es immer noch immer dachte mit der taschen aber geht es dann ja aber es geht gar nicht mit der taschen welche art von magie soll das sein dann lasst mir so rumschauen hier ich bin halt one shot hier vielleicht okay schnell auswahl sei bitte ruhig ich muss mich konzentrieren und heilen schön aber die hitten böse hier ach lol jetzt kann ich doch kann ich jetzt den hier mal ne kann ich nicht du kannst mir im arsch lecken das kannst du aber ist das ist jetzt kein komischer dunkel strudel ne ist er nicht fuck geschichte bestimmte wo ich hingehen konnte und vor ihm nicht okay da geht es also auch nur wird es betrunken wahrscheinlich wie vorhin wenn wir richtig sind werden wir es schon merken wahrscheinlich oh geht es hier nach unten maybe geheimer geheimgang für die geheimen gänge oder bin ich da rauskammer fuck scheiße da bin ich in der herkammer scheiße oh nooo was das denn kurz quick save hier und dann kurz ein zibidi zip zap abfahrt so einmal filtrieren und weiter geht's ok wo können wir hin hm die tür bewegte sich nicht ja das ist immer super ärgerlich wenn das passiert weil wir mal allein in der stadt ist hm oh wichtig das ist ziemlich cool wir nehmen das jetzt gleich mit warte ähm schnell auswahl nach oben jawoll einmal den pillen ok wie schaut es aus mit der mitte gehen wir noch mit zum brunnen vielleicht passiert da irgendwas hm negativ 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 halber halber palast geworden hier also hier bin ich hoch kann man is klar aber da unten ging doch an nichts mehr oder also ich habe bisher einen einzigen pfeil gesehen der naja in so einer Neonschrift in so einer Neonschrift war das war hier blockiert durch so einen komischen Tornadotwister also ging hier auch nichts das heißt das ist unsere Ausgangslage wir laufen jetzt von hier in die Station aber die Station hat kein Licht das ist das einzige Problem das wir gerade haben weil hätte die Licht könnten wir easy peasy einfach uns da so rum teleportieren mit dem Licht das übersehe hier benutze Licht um in die Kilderra zu ziehen ja benutze Licht also wir haben jetzt extra Licht gefunden aber er sagt Licht reicht nicht weil flackert gut hmm Warum zeigst du mir einen Weg an? Wie kann da nichts? Find Alice, was ist das jetzt hier hinten? Oh, ne, ach scheiße, immer noch da oben vielleicht irgendwie fokussieren oder so? Fuck Nee Feind Gar nichts gebracht Okay, 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 okay Aber ist das nicht die Spirale gewesen? Lampe auf die Spirale halten Ah, das war da Ah, das war aber Oh, warte mal, aber das war auch dann vorne, ne? Stimmt, ich dachte, das hätte sie dann erledigt, weil die dann durch diesen Lampenswitch dann eh woanders war Wenn wir da nochmal hinschauen, weil das war nämlich da ganz vorne, ne? Das war ja kurz nachdem, nachdem wir aus dem komischen Graffiti-Raum raus sind Hm, kann mich erinnern, ja? Ja, schauen wir mal hin, gucken wir mal, was geht Weil ich mir dachte, ich stand schon da und ich dachte mir so, okay, was muss ich jetzt mal haben? Aber einfach kurz den Lampenswitch gemacht und dann Oh, das scheinbar Ja, mal richtig Bock auf mich, verstehe schon, ja? So, das scheint so Jetzt gehen wir nochmal eins zurück Ne, da bin ich hierher Da bin ich hierher Und bin dann aber schon hier raus, oder? Glaube ich Gehen wir nochmal zurück Schauen wir mal, wie wir jetzt hier wieder oben Ne, das geht andermal Oh lol, warte mal, da war ich doch doch noch nicht Das nehmen wir schon mit Hm, aber jetzt werden wir nochmal, warte mal, wenn wir das jetzt Schritt für Schritt nochmal durchgehen, ne? Also ich bin jetzt hier Ich hab quasi Ihn hier gelootet Der ist jetzt aber tot Und Lustigerweise weg Und bin dann hier durch, ne? Bin den Pfeilen hier nach So, so, so Und bin hier durch, bin hier durch, bin hier durch Ne, das ist ja wieder der gleiche, ne? Und hab hier den Lampenswitch gemacht Was ist, wenn ich ohne den Lampenswitch einfach weiterlaufe? Und dann Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und dann Und jetzt Und jetzt obwohl es obwohl die auch das licht zu flackert und hier flackert auch und da geht es nicht macht doch keinen sinn ach jetzt geht's lol ok dann hat es doch so sein müssen ok ok boah das wird das wird verzwickte scheiße hier ich musste ein licht finden um tief ok Ich muss ein Licht finden um Tiefe fortzudringen, kann ich denn? Ja genau, ja genau. Du gehst mal zum Schlaf, dann schlaf ganz gut und gute Nacht. Schön, dass du da warst. Auch wenn dir der eine Mann sehr verdorben hat heute. Na, ich mach nur Spaß. Schlaf gut, gell? Den machen wir jetzt ja gleich Feierabend mal. Ich hab nur den richtigen Punkt und nicht zum Absprung erwischt. Leiter dann. Weil unten kann jetzt eh nicht weiter, weil dunkel. Ganz genau, ja. Ganz genau. Die wichtigen Emotes. Ich kann immer net... Ich seh's immer net, ob das jetzt böse sind oder net. Also... Ich will nur dich haben. Muss ich's töten? Also offensichtlich war der böse, weil er mich auf den Boden geworfen hat. Aber... Ist er jetzt böse böse oder nur... Semi halb dreiviertel böse? Nein. Jetzt geht's da rein. Aber die Leiter hab ich auch gesehen, gell? Jetzt hoffen wir, dass das Türchen zu ist, weil dann haben wir nämlich... Ja, scheiße. Warte. 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 Lass uns mal oben schauen. Ja, irgendwie schaut es aus, als würds da weitergehen. Dann lass uns mal kurz die Leiter hoch vielleicht. Das wird sich, dass die einfach so durch... Einfach durchrennen, wenn man sprintelt, ne? So richtig aggressiv. Let's go. Okay. Oh, joioi. Ey, aber absolut geiles Game. Wenn man wirklich war. Was bist du jetzt? Passt du das... Der Regen versuchte, die Sünden der Stadt wegzuwaschen. Wo die Sünden mancher Verbrechen waren unauslöschbar. Weder durch den Regen, noch durch eine Therapie mit Dr. Jack Daniels. Der Dr. Jack. Sie blieben bestehen. Blaue Flecken unter meiner Haut wie Tattoos. Mhm. Blutergüsse in meiner Seele. Naben, meinem Herzen. Es regnete unaufhörlich weiter. Und ich trank unaufhörlich weiter. Wig. Okay. Ich... Die, ich... fundamentally bin ich der. Ich bin jetzt der John Wick. Ne, doch nicht. Ich bin er gar nicht. Alan Wick. Ne, doch nicht. Alan Wake vielleicht. I'm Wick. Bleibt ruhig mal hier stehen und ich gehe hier weiter. Deal? Nice. Let's go. Hier könnte es hochgehen, irgendwie. Sonst geht es hier nur rein. Das wird doch kein Speicherort sein. Oh mein Gott, ich liebe es. Oh, ein saftiger Schuhkarton, Arno. Was hier? Idiote, 9mm. So, sollen wir jetzt mal pausieren, wenn wir schon einen Speicherpunkt gefunden haben? Weil ich glaube, bis mal der nächste kommt, ist es schon wieder weiter weg. Ich glaube, wir machen jetzt hier ein Breakchen. Zack, bumm, hier, zack. Ähm.